Warum hat sich das Wasser pipigelb verfärbt und es riecht hier extrem nach Schwimmbad? Will die Hose mir irgendwas sagen? Und was ist das hier überhaupt? Falls sie es nachmacht und nachher diese Holzspitze entfernt, achtet bitte darauf, dass die Flüssigkeit nicht in eure Augen spritzt. Zuerst wollte ich die Hose eigentlich nur auswaschen, das war mir aber dann doch zu wenig. Ich habe es dann mit anderen Sachen in die Wäsche getan. So sah die Hose vorher aus. Da einige glauben, dass ich nicht größte 6 und spritzig habe, ziehe ich das direkt für euch an. Das Ergebnis ist nicht symmetrisch geworden, aber ich finde, dadurch wird es irgendwie noch cooler. Von vorne so, von hinten so und irgendwie gibt es auch Avatar-Webs, oder?